So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Slime Rager. Und in der letzten Folge haben wir uns ja die Wasser Slimes geholt. Und ja, wir wollen in dieser Folge eigentlich schon Schleimkacke sammeln und Geld verdienen. Hallo? Jo, Schleimkacke sammeln, Geld verdienen für die nächste Ecke, die wir freischalten, spielen können. Jo, guck mal. Oder wir gehen zum nächsten Slime und lassen ihn explodieren. Mal schauen. Aber da reicht das bisschen Nahrung, was wir hier haben, leider nicht aus. Denn ich habe gelernt, die Slimes sind verfressen. So, da gibt es Möhren. Snackmonds, Alter. Hey, misset. Oh, hier sind schon wieder Wasser Slimes. Warum? Huuu. Ja, das reicht noch nicht aus, Annahme, was wir hier haben. Komm, lade voll. Yippie. Äh. Äh. P-p-p-p. Hahaha, okay. So, Karotten, Karotten, Karotten. Lottie, Karotty. Oh, Herzmodul. Das werden wir uns natürlich später auch noch gönnen. Was ist hier oben? Ist wieder so eine Kapsel, die ich nie zum Explodieren bringen kann. Ey, ernsthaft? Küsschen wir doch die Füße. Alter, wie viel frisst das hier? Holy, wie viel hat das hier gefressen? Äh, shit. Jetzt. Auch einer hat noch gefehlt, ernsthaft? Ohoho, Schleimkacke. Was ist das? Spiraldampf. Ey, 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 sag mal hier. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Ja. Für was ist der Spiraldampf? Egal. Wir nehmen es mit. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Genau. Jetzt interessiert mich ernsthaft, was da drüben ist. Und ich habe auch noch mal abgestaut. Und hier lang. Was für Slimes mache ich dort rein? Das weiß ich beim besten Willen noch nicht. Äh, ja. Und habt ihr schon geschissen? Tatsache. Läuft. Spiraldampf. Kann ich nicht verkaufen? Nee. Schade. Schade, Leute. Ich dachte, ich kann den verkaufen. So. Ähm, ich. Wartet mal. Das Labor möchte ich noch nicht frei machen. Da brauche ich noch ein bisschen Money. Das kostet... Was machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hä, hä, hä. Ähm... Und hier, was machen wir denn hier hin? Was machen wir hier hin? Was machen wir hier hin? Noch ein Gehege. Ähm... Kaufen. Hohe Wände. Handels. Plotsammler. So. Wir haben jetzt zwei Gehege für... Slimes. Jetzt muss ich nur noch wissen, was mache ich da für Slimes rein? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ach, schaffst du es heute nicht haben? Jetzt kann ich das so wegschmeißen hier. Äh, hier. Nee. Da. Karotte muss ich wohl nicht haben. Jetzt bin ich eingetischt. Hier, ihr sollt die Karotte nehmen, ihr Drecksfischer. Hehe. Uli, was ist hier los? Oh Gott. Gut. Kurz was trinken hier. So, was gibt es hier hin? Dann... Äh, ja, hier gibt es Sachen, die ich lieber hätte nicht sehen wollen, müssen dürfen. Nee, weg hier. Nichts ist mir auch ein bisschen zu bläht. Aber wir können Karotten einsammeln. Wir haben doch bestimmt irgendwo noch einen riesen Slime. Dann lassen wir halt zwei Stück platzen in der Folge. Das ist ja auch kein Problem. Das ist ja auch kein Problem. Ich dachte, der springt ins Wasser. Schlecht ist das nicht gewesen. Und... 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 Doch. Wurde Schunkel. Äh, verputzt. Aber da drüben ging es doch gar nie weiter. Oder bin ich so blöd? Bin ich so blöd? Was ist denn... Hä? Da geht es hoch? Oh, lol. Hä? Wie? Das schaffe ich doch gar nicht mit meinem Jetpack. Wow. Ne, schade. Ich dachte, ich schaffe das. Doch, dann nicht. Man hat mir gesagt, ich soll das Terrar nutzen. Das mache ich ja mittlerweile. Ich kletter überall hoch, wo ich denke, da kann ich hochklettern. Oh, ich bin voll. 50 Slots läuft. Hatten wir nicht irgendwo noch so einen fetten Mama-Schleim? Irgendwo muss da noch einer gewesen sein. Äh, das sind nur Pilze. Äh, da hinten ist irgendwas. Aber dort ist auch wieder was. Äh, wir warten mal. So, wir sind voll. Äh. Äh, okay. Ach, schau mal einer an. Ah, okay. Ah, so, hier. Äh, ähm. Äh, 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 äh. Was, das war's schon? Tatsache. Tatsache. Äh, erst mal auf die 1 stellen. Ja, übertreib halt. 3000 haben wir wieder. Ähm, Herzmodul kaufen. Wir kaufen uns jetzt auch einfach mal die Schockwelle und das Wassermodul. So. Äh, äh. Ja. So, frisch abgeahntet. Das war's auch schon von der Folge. Wir haben mal wieder einen riesen fetten Klopsi-Slime zum Explodieren gebracht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst Kommentare da, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Like a rockstar dann, so until I drop. My life is a f送ANnet. My homistic love. Machstex is the dance floor. Party. ally. Malissent Johnny. z